Illuminati Fakes und Fakten Teil 2 mit Zuhörerfragen an Rainer Feiste. Hallo Rainer, hallo, ich erkläre jetzt schnell den Zuhörern wie es funktioniert. Ihr müsst auf euren Avatar gehen bzw. euren Eintrag hier bei TeamSpeak. Rechtsklick und dann Talk Power anfordern klicken. Dann sehe ich, wenn ihr sprechen möchtet. Felix, haben wir irgendwas im Chat? Momentan noch nicht, aber es kommt bestimmt gleich. Ich hätte schon mal eine Frage. Ja. Und zwar, Herr Feistel, Sie haben ja vorhin gesagt, man muss irgendwie aktiv werden am besten. Also man soll sich nicht in die Passivität drängen lassen. Was ist denn aus Ihrer Sicht, was sollte man tun? Was kann man machen, um positiv einzuwirken? Kann ich reden, ja? Ja, wunderbar. Okay. Ja, das kommt immer individuell auf die Situation drauf an. Ich meine, ich sage mal so, jeder hat seinen bestimmten Aufgabenbereich, wo seine Stärke liegt und das muss man natürlich erstmal für sich rauskriegen. Man kann auf jeden Fall im kleinen Umfeld wirken, indem man gewisse Leute auf bestimmte Missstände aufmerksam macht oder ihnen einfach einmal vorsichtig, also nicht missionieren, sondern einfach vorsichtig bestimmte Missstände aufzeigt. Es gibt genug Dinge, wo man in der Außenwelt zeigen kann, was hier nicht rund läuft und so einfach die Leute auch bestimmte Dinge aufmerksam machen. Also nicht nur, damit meine ich jetzt nicht nur im Internet chatten oder sich austauschen, was ja auch ganz nett ist, aber ich denke, die Zeit von der Vorhau, oder wo man sich nur austauscht, ist zwar gut, um sich zu informieren, aber wir müssen jetzt wirklich aktiv in der Außenwelt sein. Und wenn man sich vielleicht eine kleine Gruppe trifft über bestimmte Themen, über Gott und die Welt philosophiert, einfach solche Dinge in kleine Schritte, um einfach, sage ich mal, in seinem unmittelbaren Umfeld einfach ein paar neue Impulse zu geben. Und das hat auch was mit unserer inneren Einstellung zu tun. Wenn ich bestimmte Einstellungen habe und mich verändere, verändere ich auch mein unmittelbares Umfeld. Weil das wiederum hat auch was mit dem Resonanzgesetz zu tun. Und so einfach in kleinen Schritten versuchen, die Leute einfach wachzurütteln und auf bestimmte Dinge, die hier nicht mehr ganz rund laufen, aufmerksam zu machen. Das sind zum Beispiel so Dinge, die man machen kann. Also man muss jetzt nicht gleich die Welt wieder reißen oder man muss die Welt retten. In kleinen Schritten einfach im Umfeld, seine Möglichkeiten entsprechend zu wirken. Okay. Felix, hast du noch eine Frage? Ja, natürlich. Aber es sind auch schon Fragen im Chat. Soll ich sie mal vorlesen? Ja, gerne. Frage. Was hältst du von der Galaktischen Föderation des Lichts, den Pleiaden? Fragezeichen. Die Frage kommt von Sammy. Pleiaden ist mir natürlich auch ein Begriff. Das ist ja der Störerhaufen hinter dem Aldebaran. Da gibt es ja auch unglaublich viele Informationen zu den Pleiaden. Ich halte es generell nicht für unmöglich. Warum sollen die Aldebaraner die einzige Außerirdische sein, die hier aktiv sind? Und sollte definitiv bewusst sein, dass die Menschheit mit verschiedenen außerirdischen Spezien, Rassen in Kontakt steht. Aber man muss sich auch, man muss, eine sollte einem auch bewusst sein, dass nicht alles, was von oben kommt, es unbedingt positiv mit uns meint. Also es gibt auch die, wie unten zu oben, da gibt es auch noch die Spiechen der Macht und die Polarität. Und da gibt es auch welche, die es nicht unbedingt mit uns gut meinen. Außerirdische. Okay. Felix, hast du noch eine Frage? Ja. Und zwar, die Frage kommt von Svenny. Ich bin selbst Aldebaraner und mich würde die Geschichte von Aldebaran interessieren. Gibt es monarchische Strukturen auf Aldebaran, dem Imperium? Definitiv, ja. Denn ihre Gesellschaftsschicht ist komplett anders aufgebaut wie bei uns. Es gibt eine Kaiserin, es gibt eine Kriegerkarste, eine geistige Karste, in denen ihr Sozialsystem ist, oder ihr Ding ist gänzlich ganz anders aufgebaut wie bei uns auf der Erde auf jeden Fall. Kann ich bejahen, ja. Interessant in dem Zusammenhang fällt mir jetzt da rein. Ich habe da einen ganz interessanten Bericht im neuen Buch bekommen, wo ein Mann, der für mich absolut authentisch wirkt, der mir A, seine Erlebnisberichte geschildert hat aus der Kindheit, die sich fast eins zu eins mit meinen Erfahrungen decken, wo ich eine Gänsehaut nach der anderen geklappt habe. Und der wiederum hat eine Erinnerung aus der frühen Inkarnation, wo er als Kriegsheld gefeiert wurde. Und selber detailliert mir geschildert hat, aus der Erinnerung heraus, wie er damals mit der Freelode in der Heidebaran rübergeflogen ist. Und da hat er eine irre Geschichte erlebt. Ist absolut irre, klar. Der normale Sterbliche, sagen wir mal so am Stammgespräch, die Geschichte nicht erzählen, nebenan in der Kneipe drinnen, da lachen sie nur blöd. Aber absolut nachvollziehbar. Der hat mir gerade, der hat es so beschrieben, er hat da einen Säbelzahntiger gesehen, auch den Konter streicheln, und der hat Gras gefressen. Also das heißt, auch die Wildtiere dort oben sind gänzlich ganz anders wie bei uns auf der Erde. Also das fand ich auch interessant. Ob das so stimmt, das kann ich jetzt nicht belegen, aber man muss die ganze Geschichte auch komplett lesen. Dann macht es wirklich, also mich hat es tief beeindruckt. Und ich glaube, wir machen es ganz einfach. Okay, dann habe ich auch noch eine Frage hier von Luzi. Habe gehört, dass die Aldebaraner selbst eine Dienerrasse der Altvorderen sind, deren Spezialität es ist, Planeten im Auftrag, dieser zu erschaffen. Was ist davon zu halten? Gute Frage. Also ich gehe mal einfach davor aus, dass die Aldebaraner auch nicht auf der Spitze der Evolution stehen und genauso ihre Entwicklung noch weitergehen, so wie wir. Ob sie als Diener, klar, ich möchte auch nicht absprechen, dass in früherer Vergangenheit von Ihnen ja auch nicht alles sauber gelaufen ist und vielleicht deswegen sie jetzt wieder zurückkommen, um gewisse Dinge auszugleichen. Viele stellen die Aldebaraner ja auch mit der Anunnaki gleich. Anunnaki dürfte ja vielleicht hier in der Runde auch ein Begriff sein, Sijin und so, was er darüber geschrieben hat. Und ich gehe jetzt auch davor aus, dass die Aldebaraner tatsächlich mal anunnackig waren, aber ein eigenständiger Stamm, sich davor abgelöst hat, einen eigenen Weg gegangen ist. Und das kennt man ja auch aus vieler Literatur. Und die Informationen habe ich ja auch bekommen, dass es da eben auch manipuliert wurde am Mensch, eine DNS-Stringe, dass man die verhindert hat, um einfach den Mensch besser als Arbeitstier oder Sklaventier zu manipulieren und zu kontrollieren. Und ich denke da, in die Richtung wird es jetzt wieder gehen. Deswegen ja auch diese Untersuchungen an den Menschen, das hat ja einen Hintergrund. Ich meine, ich sage mal so, da sind wir jetzt im ersten Teil nicht so drauf eingegangen, aber praktisch, aus Amerika rüber hat man ja mal von Entführungen gesprochen. Und ich sehe es absolut nicht als Entführungen, sondern eine Entführung ist was Negatives nach unserem Gesetz, sondern es sind Kontakte. Und das hat nämlich den Unterschied, wenn ich nur genetisches Material vom Mensch brauche, dann schnappe ich mir so ein Menschlein einmal, hol mir, was ich brauche, und verpassen, er haben mich sie, und die Sache ist gegessen. Aber Fakt ist, A, es ist ein Generationsphänomen, es geht über eine bestimmte Blutlinie, das weiß ich heute auch, es wird auch weiterverwauft an Kinder und Enkelkinder, aus dieser Linie raus, und Menschen werden ihr ganzes Leben lang betreut. Und das macht bei einer Entführung keinen Sinn. Entführung ist ja, wenn ich einen Menschen entführe und mir ein genetisches Material hol, dann schnappe ich ihn mir einmal, dann habe ich alles, was ich brauche. Aber die Menschen werden ihr Leben lang betreut. Ich habe also auch Fälle von 70-jähriger und 70-jähriger Frau, sind sie mit Sicherheit nicht mehr an die Geschlechtsorgane oder an die Göttingsorgane interessiert, als auch an die andere Intention, warum sie eine 70-jährige Frau holen. Das hat was mit Schulung zu tun, mit Unterweisungen zu tun, mit Unterricht zu tun. Ich habe da viele Situationen erlebt, oben, wo ich oben war, wo ich gesehen habe, wie viele Menschen wirklich mental zwar gleichgeschaltet oder ausgeschaltet, dass sie zuhören, wo klare Unterweisungen und Instruktionen gekriegt haben. Das wiederum hat mit unserer unmittelbaren Zukunft zu tun, was jetzt passiert. Vielleicht so als kleiner Impuls noch. Okay, vielen Dank. Ja, an der Stelle möchte ich mir auch mal herzlich dafür bedanken, dass du da warst. Und Felix, ja, ich gehe mal weiter an dich. Du wolltest bestimmt noch was wissen von ihm, ne? Ja, ich habe noch weitere Fragen hier stehen. Und einmal von Adi. Herr Feistle, was halten Sie vom Urantia-Buch? Urantia-Buch? Kann ich keine Stellung dazu geben, weil ich es nicht gelesen habe. Ich kenne das Buch, sagt mir was vom Hörersager jetzt, Urantia-Buch, aber ich habe es nicht gelesen. Kann ich nichts dazu sagen. Vielleicht, wenn man mir eine kleine Rückkopplung gibt, um was es da kurz ein paar Stichpunkte geht, vielleicht kann ich da noch was dazu sagen. Okay, dann warten wir noch mal ab. Dann gibt es noch eine weitere Frage von Svenny. Die Science-Fiction-Serie Babylon 5. Dort gibt es Membarius. Sind das die verfilmten Aldeberaner? Ich weiß nicht, ob Sie damit was anfangen können. Ich kann jetzt direkt nichts mit anfangen, wobei ich aber sagen muss, ich habe Babylon 5 auch immer gerne mal geschaut. Also Science-Fiction-Filme schauen mir sowieso aus. Bestimmte Hintergründiger waren, weil da waren oft viel Wahrheiten gestreut. Es wird oft viel drumherum gepackt, aber wenn man ein gewisses Hintergrund, wie es so hat, waren viel Wahrheiten gestreut. Auch wie Star geht zum Beispiel. Noch ein paar Beispiele zu nennen. Da könnte es noch weiter ausführen. Krieg der Sterne zum Beispiel. Müsst ihr mal aufpassen, es wird immer wieder unterschwellig vom Aldeberan gesprochen. Bei Krieg der Sterne wird zum Beispiel vom Aldeberan gesprochen, vom Imperium gesprochen. Alles sei der verkehrt, natürlich Imperium, Aldeberan, und alles wieder das Negativ-Schlechte. Aber man findet es immer wieder. Hinweise auf Aldeberan. Babylon 5, so weit ich das jetzt, weiß ich nicht mehr, habe ich nicht mehr so eine Erinnerung. Ich habe die Serie auch angeschaut. Waren interessante Aspekte. Jetzt ist es kurz. Wie haben die Kreise? Kann ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Ich wüsste jetzt einfach nicht mehr. Ja, okay. Kein Problem. Die Energiegeladene fragt, was hältst du vom Blueprint-Projekt? Blueprint-Projekt? Was ich davon halte? Ja. Technisch auf jeden Fall möglich. Ob sie es so umsetzen können, das ist eine andere Frage. Ich glaube, nein. Der Zug ist abgefahren. Aber technisch haben die die Möglichkeit, mit Sicherheit solche Hologramme zu projizieren, um die Leute einen falschen Messias oder Schönschen irgendwie vorzugaukeln. Aber ich denke, die Zeit ist dezidiertisch überschritten. Inzwischen sind andere Kräfte hier, um die Erde stationiert, die nur auf ihren Buffet warten. Einzugreifen, sollte es hier außer Kontrolle geraten. Es war eine positive Mächte. Okay. Gut. Also, wir sind heute nicht so viele. Felix, hast du noch eine Frage auf Lager? Ja. Und zwar aus dem Chat. Mehrere. Und zwar, von welchem Planeten im Sonnensystem Aldebaran wird regiert? Das ist die Frage von Sveni. Von welchem Planeten vom Aldebaran wird regiert? Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Hauptstützpunkt derzeit auf dem Mars ist. Das kann ich definitiv sagen. Und der Mars hat auch eine Atmosphäre. Das wird uns auch nicht gesagt. Es gibt auch, auch wenn wir im Vorfeld schon mal Science-Fiction-Filme angesprochen haben, Total Recall, die vielleicht einen und anderen auch gesehen haben, wo der Arnold Schwarzenegger da in den Film reinging und seine Hand da ein riesiges Kraftwerk reingelegt hat. Auch interessant, eine menschliche Hand. Und dann ist der Generator am gelaufen und hat Sauerstoff produziert für die Masseoberfläche. Es gibt deutsche Bilder im Internet, wo wir selber nachrecherchieren können, dass immer mehr Gründfläche auf dem Mars entstehen. Also was uns die Bilder, die uns die NASA zeigt, stimmen definitiv nicht. Die waren teilweise gefälscht. Auch die Aktivitäten, was derzeit auf der Sonne passiert, da sind auch riesige Objekte gesichtet. Wir liegen unter Lager vor, wo auf den Jupiter Schiffe gesehen werden, auf den Jupiter Ringe, die Ausmaße haben, das kann man sich geil vorstellen. Also wir Menschen können uns das vorstellen, wo drei Schiffe auf den Jupiter Ringe zu sehen sind. Und wer weiß, die geografische Größe, ich kenne vom Jupiter, das ist ja viel größer wie die Erde, dass die zigarreformige Schiffe sind, aber keine Andromeda-Geräte. Das sind außerirdische Schiffe, die doch Messer haben von der Größe von der Erde. Also kann man sich mal vorstellen, was so riesige Kreuzer sind. Also es gibt es tatsächlich diese riesigen Mutterschiffe, da bin ich absolut überzeugt. Es wird nur für Schwieger. Felix? Ja, Adi hat sich noch mal zu Wort gemeldet, wegen dem Uranzia-Buch. Er sagt, dieses steht mit dem Phoenix-Journalen im Zusammenhang. Es geht dabei um Universen und Zentral- und Lokal-Universum und so weiter. Okay. Weißt du, ist es eher wissenschaftliche Abhandlung, oder? Habe ich das jetzt richtig bestanden? Eher als wissenschaftliche Sicht, oder wie? Nehme ich mal an. Okay. Okay. Okay, danke. Weil, wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, da kann ich nichts dazu sagen. Okay. Dann habe ich noch mal eine Frage, und zwar, was denken Sie, warum sind wir in dieser Realität? Warum in diesem Universum? was denken Sie? Warum ist es so, wie es ist hier? Und wo soll es überhaupt hingehen? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, die ich dir auch beantworten kann. Ich denke, wir stecken, ich nehme immer, wie soll ich sagen, ich nehme immer das Beispiel von der Matrix-Triologie her, wo wir die zwei Möglichkeiten haben, die Pille zu nehmen. die blaue oder die rote. Die blaue, dann bleibt alles so wie sich, eine Illusion, oder wir nehmen die rote und gehen ein bisschen tiefer in der Kaninchen und sehen, was wirklich abläuft. Und ich denke, das läuft im Moment gerade. Wir hören viele Menschen, die einfach auf der Suche nach der Wahrheit sind, die sich nicht mehr belügen lassen und den vorgefertigten Meinungen der Mitschritt-Medien reinfallen, sondern auf die Suche gehen, die merken plötzlich, dass hier was absolut nicht mehr stimmig ist. Wo wir wieder in der Matrix drin sind oder im Hamsterrad, in dem wir uns immer schön aufhalten und manche gehen halt aus dem Hamsterrad raus und sehen die größere Wirklichkeit. Ich denke mal, das wiederum hat auch was jetzt mit der Transformation, was wir eingangs auch besprochen haben im Interview, nicht unbedingt Fokus 2012 als 20. sondern wir sind jetzt mit dran. Und die Transformation, die wird sich jetzt beschleunigen. Wir wollen eine andere Sichtweise kriegen, einen elementaren Bewusstseinssprung machen, viele, viele auch nicht. Die bleiben in der alten Programme. und ich sehe mal so, man muss sich erneut, ich kreiere mir meine eigene Zeitlinie der Abläufe und mag sich jetzt verrückt anhören, aber ist wirklich so, wenn ich mir bestimmte Zukunft so vorstellen kann und je mehr Leute sich das vorstellen können, umso eher wird sie wahrscheinlich. Vielleicht so auf den Nenner gebracht. Ich hätte noch eine Frage von Forex. Er schreibt im Buch über Schläfer. Was ist damit gemeint? Du meinst, ich schreibe über Schläfer? Entschuldigung. Ja, ja, passt schon. Schläfer, ja, genau, das war auch das, was ich eingangs mal habe, die 5 Millionen, wo ich eine klare Aussage gekriegt habe, dass es 5 Millionen Schläfer einen deutschsprachigen Raum gibt. Also da könnte Deutschland und Österreich noch ich sehe das noch ein bisschen weiter und ist noch die deutschsprachige Raum. So, ja, ich nenne sie deshalb Schläfer, aber nicht Schläfer, das hat natürlich auch vielleicht vordergründig für viele negativen Beigeschmack, weil wir es kennen ja aus der Krimiserie oder aus der Trailer, wo irgendwelche Schläfer aktiviert werden, die dann irgendwo auf einmal eine Bombe hochlassen oder sonst wie. Nein, das hat nichts mit den Schläfern, wie ich meine, sondern die Schläfer, das sind die latente Kontaktmögliche jetzt langsam, die ich ja weiß ich auch schon erzählt habe, die Unterweisungen gekriegt haben und die sind nichts anderes meiner Meinung nach, als das vorgezogene Brudeporsional, wenn hier gewisse Dinge nicht mehr so laufen, wie sie laufen sollen und die dann gewisse Vorgänge treffen, durch die Einweisungen, die sie Oberhalde haben. Und die sind durchaus ganz unterschiedlich. In ihrer Generation, die mental schon weiter ist wie wir, die haben auch Unterweisungen Psy-Technik bekommen und als Psy-Agenten ausgebildet werden, als Psy-Agenten ausgebildet. Andere Leute haben ganz normale Aufgaben, familiäre Aufgaben, die einfach dann wissen über einen inneren Impuls oder wie ein Hammer, wenn gewisse Dinge aus dem Runter laufen, wo einfach sichere Rücksichtsgebiete sind, wo ich mich und meine Familie in gewisse Schutzzone bringen kann, wenn es wirklich heftig werden sollte. So können wir ja hoffentlich alle nicht ausgehen, aber die Zeichnung ist. Okay, dann habe ich noch eine Frage von Luzi. Könnte es sein, dass dann monolithische Religionen mit ihren Geboten abgeschafft werden und durch die internationale Menschenrechts Charter ersetzt werden, in Klammern Wassermann Zeitalter. Das praktisch, ja, ich formuliere es mal um, dass wir praktisch eine internationale Ethik und Philosophie oder beziehungsweise Menschenrechte bekommen, anstatt dieser monolithischen Religionen. Doch als vorstellbar, doch als vorstellbar. Also, wie ich ja auch gesagt habe, ich gehe schon vor, dass wir eine Weltregierung kriegen, natürlich, unter welchem geistigen Obhut, ist ganz, ganz wichtig, dass dann auf einmal diese ganze lüge Gebäude, wenn man sich mal überlegt, wie viele Kriege über die Religionen geführt worden sind, und da ist das Christentum kein Geld besser als andere, wenn man überlegt, was da alles für Sachen getan worden sind und Menschen verbrannt worden sind, die in anderen Glauben geteilt haben, die den Verbruch, also ich denke schon, dass es so, wie du angesprochen hast, in die Richtung auch gehen wird, dass es eine Religion, unter einem Konzept das Ganze steht, und dann alle Völker miteinander verbindet, weil das muss zwangsläufig kommen, ich bin zwar auch nicht einverstanden, was im Moment in Deutschland passiert, und wie unser Land langsam zur Kunde gerichtet wird, aber letztendlich, langfristig gesehen, geht es nicht um uns Deutsche Reich oder sonst irgendwas, sondern man muss es global sehen, es geht um das Überleben der gesamte Menschheit. Ja, da muss man natürlich noch sagen, dass ein Hauptmotiv oder wie soll ich sagen, eine Hauptkraft, mit der die Massen gelenkt werden heutzutage noch die Angst ist. Ganz genau, richtig. Das ist halt ein Punkt, wo man also gegensteuern müsste, und das ist halt auch viel Angst unter den Leuten, wenn ich höre, dass jeder, der Papst, die Kanzlerin, der Bush, die haben alle eine neue Weltordnung ausgerufen und alle interpretieren, erstmal das Schlimmste und wissen eigentlich gar nicht, von was sie eigentlich gesprochen wird. Und da sind wir eigentlich auch noch unschlüssig. Hast du eine Idee, was die neue Weltordnung sein soll, in dem Sinne von dem Papst, wie er sie verlangt hat, neben der UN, eine Art Weltkonstruktion? So was wird kommen, wird zwangsläufig kommen, weil der Planet wird immer kleiner, die Benetzung geht immer schneller, aber wie ich ist, sonst wäre schon ganz andere zuständig, dann sieht es schlecht aus. Aber wie gesagt, wir leben in Polarität, das Negative hat im Moment die Oberhand, augenscheinlich von der Wahrnehmung her, aber je mehr die in den Vordergrund kommen, umso mehr arbeiten auch die lichten Kräfte. Die arbeiten nicht so vordergründlich, aber die arbeiten mehr im Hintergrund, im Bedeckten. Aber jetzt kommt die Zeitbeschleunigung dazu, das Wassermann-Zeitalter. Das vorige Zeitalter war ja das Fische-Zeitalter, deswegen auch die Fischer, Jesus und so weiter, kennen wir ja. Das Wassermann-Zeitalter ist geprägt vom Zeitalter des Wissens, das heißt, das ersetzt den Glaube. Ich glaube an Gott, ja, und jetzt gehen wir langsam in den Schritt, wo ich nicht mehr vom Glaube reden, sondern von Wissen. Und Wissen muss ich mir erarbeiten, indem ich an mir arbeite und einfach gewisse Dinge hinterfrag und nicht nur die Dinge glaube, die mir gezeigt werden. Das hat mit dem Wassermann-Zeitalter zu tun. Das ist die Zeit, wo ich sage, wo die dunklen Kambalen, wenn man sie so nennen möchte, die merken, dass ihnen die Sache jetzt langsam aus dem Ruder läuft und die setzen jetzt alle Mittel so ein, zum Einsatz, was sie zur Verfügung haben. Aber letztendlich wird die lichte Seite Oberhand gewinnen. Absolut überzeugt. Aber wie gesagt, es wird eine Zeit kommen. Die Zeit der friedlichen Transformation, der friedvollen Transformation, wie wir uns gerne alle gewünscht hätten, ist vorbei. das zentraltisch überschritten. Man kann sagen, wir haben nicht fünf vor zwölf, wir haben fünf nach zwölf. Deswegen sage ich, es wird eine Zeit kommen, wir sollten vielleicht so drei Monate einplanen, wo es unruhig werden könnte, bis die neuen Kräfte zusehend sich hier manifestiert haben. Und das wird noch eine unruhige Phase geben, aber die stehen wir da, bin ich absolut überzeugt. Ich habe das Urvertrauen, das Gott vertraue, dass ich und meine Familie behütet und geschützt sind. Das möchte ich an euch weitergeben, einfach an euch glauben. Wenn ihr sprecht mit euren Schutzengel, jeder hat seinen eigenen Schutzengel, bietet um Führung, dann wird euch Führung gegeben und hört auf euer Gefühl. Ab und zu ist es ganz gut. Der Bestand Ego, der sagt manchmal, oder da kommen die Grenzen, wo man sagt, ist das noch passbar, meine Gedanken, aber ihr müsst einfach lernen, auf euer Herz zu hören, weil euer Herz wird euch immer den richtigen Weg zeigen. Das ist vielleicht so eine Botschaft, wo ich euch noch mitgeben möchte. Ganz ganz wichtig in Zukunft auf euer Herz Energie zu hören und nicht das, was euch verstand vorspielt. Da haben sie die Möglichkeit über technologische Mittel und gewisse Druckbilder. Es ist ein paar Mal angesprochen worden, Bluebeam-Projekt und so weiter, weil wenn du gewisse Dinge sehen solltest und dein Gefühl sagt dir, stimmt nicht, für mich ist das nicht stimmig, dann hör auf dein Gefühl, nicht das, was dein Verstand vielleicht eifelstrollet, weil der fällt auf diese Druckbilder auf jeden Fall rein, weil die haben die technische Concordia auf Latein, aus dem Herzen heraus, sozusagen, da kommt die Kraft her, ne? Ganz genau, ohne Herz geht gar nichts. Und man packt ja auch, in Deutschland ist das Herzzentrum der Erde, auch schon gehört, oder? Ja, ganz sicher, ich bin auch der Meinung, dass aus dem Reich in der Mitte mal wieder eine Kraft wird. So sich aus der Stadt war jetzt ganz wichtig, freut mich, dass du dir jetzt so losgelaufen hast. Naja, das ist wahrscheinlich unvermeidlich, die Sowjetunion ist weggefallen, die USA, die wie soll ich sagen, die pusten sich jetzt da noch ein wenig im Orient aus. Richtig, die planen jetzt vielleicht sogar noch einen konventionellen Krieg, da unten ein richtig großes Ding noch vom Zahn zu reichen, damit sie einen Dollar halten können, aber das Spiel wird nicht mehr aufgehen, die Spielchen sind jetzt vorbei. Genau, und dann kommt das alte Europa und kommt als dritter, als lachender Sieger. So. da schauen wir, dass wir das Beste draus machen, dass wir in die neue Zeit möglichst viel Wissen sammeln, dass wir uns gut organisieren und bereit sind, dass wir auch an dem Rädchen der Geschichte ein bisschen mit verhindern können. Genau, da ist schon wieder die Antwort eigentlich auch schon sehr gut von dir beantwortet worden, was kann ich tun? Wir haben alle die Möglichkeiten. Informelle Vernetzung heißt das Zauberwort Leute. Es bilden sich immer mehr junge Leute zusammen, die nicht verblödet sind, die sich noch informieren, die sich noch mit vernünftiger Literatur auseinandersetzen, die vielleicht auch mal Bauste oder Goethe lesen oder wie auch immer, wo sich einfach bilden wollen. Es gibt mehr junge Leute, die hoch gebildet sind. Ich kann das wirklich nur sagen, toi, toi, toi. Ich habe jetzt auch ein Buch, Alte Boranti, Rückkehr und Ahnen Abhandlung bekommen vom 24. Student, spirituelle Abhandlung. Die schwarze Sonne ist ja schon wieder beruflich, weil es mit unserer Vergangenheit zu tun hat, aber jeder der das liest, der sieht Hintergrund und das ist ja wichtig und das macht mich auch zuversichtlich, dass es noch latent gutes Potenzial in unserem Land gibt, auch in der Jugend, weil wir dürfen nicht vergessen, die Jugend ist schon unsere Zukunft und da müssen wir drauf ansetzen, dass die junge Leute einfach in die richtige Bahne geführt werden, aber da brauchen wir nichts machen, es kommen immer mehrere Stallkinder auf die Welt, die so hyperaktiv sind und so ein tiefes Wissen in sich tragen, wo wir die ältere Generation wirklich nur zuhören können und aus Kindermundi spricht Wahrheit einfach offen zuhören, was sie zu sagen haben, da können wir manchmal unglaublich viel lernen und das macht mich zuversichtlich, also absolut zuversichtlich. Ja, das ist absolut wichtig, dass wir uns auch selbst antreiben und ein bisschen durchhalten, denn da gibt es einen schönen Spruch, also wer, wenn nicht wir, wo, wenn nicht hier, wann, wenn nicht jetzt. Das ist ein guter Slogan, also um festzuhalten, dass wir jetzt zusammenwirken sollten, wir müssen auch in Kontakt bleiben, dass wir bessere Literatur zugänglich machen können, bessere Informationsquellen ohne Lüge, laut aus. Und das ist genau das, was wir heute Morgen schon mal gesprochen haben, das Internet war eigentlich ganz anders geplant, aber damit haben sie sich ein eigenes faules Ein-Snash-Click, weil das Internet haben sie nicht mehr unter Kontrolle, entweder müssen sie komplette Stecker ziehen, aber das geht auch nicht mehr. Es gibt so viele junge Leute, die so gut drin sind im Internet, ich zähle mich da nicht dazu, ich kann die nötigste Dinge, aber da gibt es andere Leute, die das können. Junge Leute, die Vernetzungen gehen immer schneller, es geht immer jeden Tag eine neue Seite ins Netz rein, es gibt immer mehr, so wie du jetzt, Arbeit machst, Aufklärung betreibst, es gibt immer mehr Internet Center, wo Autoren, Journalisten, Menschen aus dem Leben, Interviews gemacht wurden, wo was zu sagen haben, wo eine Botschaft haben, wo niemals die Möglichkeit haben, in der gleichgeschalten Mädchen Medien ihr Anlieger rüber zu bringen, und mir hat ein Freund wirklich auch vor Jahren schon gesagt, die Zukunft spielt das Internet und da wird es noch mit der Zeit immer mehr Fernseesender geben, die gegen die Mietstrip-Medien arbeiten und hier kann man sich, wenn man weiß, auf welche Blog-Ford man gucken muss, wirklich informieren, natürlich ist die Gefahr latent Motor dass man auch dass die Geheimdienste die steuern natürlich auch hier ganz gezielt Desinformation und Haltbarheit aber wenn man einen gewissen Sachverstand hat und ein bisschen sich mit Hintergründen beschäftigt kommt man hin und wieder auch drauf dass das wieder gezielte Aktion von der Egesäte ist aber die können so viele Leute haben die alles kontrollieren und prüfen wenn eine Seite dicht macht wird am nächsten Tag fährt schon wieder eine neue Seite hoch das ist unsere Chance jetzt können wir uns international nicht national international vernetzen Informationen austauschen man schaue ich nur mal Facebook an ich glaube die Aufstände die ganze Dinge wo war es in Arabien oder wo war es teilweise sind Internet über Facebook organisiert worden friedlich organisiert worden Leute haben gesagt wir gehen hier Proteste machen das Ding haben die nicht mehr unter Kontrolle das ist unsere Chance über das Internet uns zu vernetzen so ist es so jetzt würde ich gerne noch einmal zu Felix rüber geben Felix wir haben jetzt noch drei Minuten hast du noch eine Frage ja hier sind noch viele aber wir machen Zeit läuft da langsam ab die will doch von so gut okay ja okay ich habe hier vielleicht nochmal von Sammy eine Frage und zwar Rainer glaubst du an den wahren Jesus Christus beziehungsweise was denkst du über Jesus Christus was ich über Jesus Christus denke ganz herrlich es war Jesus war für mich ein außerirdischer mit einem sehr hohen spirituellen Wissen der hierher geschickt wurde so jetzt meine spontane antwort okay ich würde sagen wir beschließen die Runde jetzt langsam ich danke dir recht herzlich für deine geduldige beantwortung der fragen war schön dass du da warst hat mich sehr gefreut wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung zu Jesus möchte ich vielleicht dazu sagen aus meiner Perspektive ist es mehr ein spiritueller Meister also mehr spirituell kann man auch sagen spirituell ja Felix meint immer ich sehe ich sehe eben die geistige Welt müsste man auch als außerirdisch bezeichnen also dann passt es auch auch irgendwo wieder klar ich sage das ist immer eine Glaubensfrage manche glauben an den Gott manche an die Urschöpfung an Jesus das ist immer jeder Mensch ist anders bestrickt anders ausgerichtet solange das gute im menschen fordert das positive spielt es gar keine rolle wie du das kind nennst sage ich jetzt weil wichtig ist was der mensch tut egal welcher glaube wenn er atheist ist wenn er nichts glaubt aber ein guter mensch ist ist mir hundertmal lieber sage ich dir ganz ehrlich und offen ist mir hundertmal lieber wie einer wo jeden sonntag in die kirche geht und dann wird wieder den und den getrascht und wo noch nach außen hin ich bin ja ein gläubiger und dann über die Leute her fällst verstehe dann ist mal einer wo einem guter mensch ist hundertmal lieber okay wir haben jetzt noch viele Fragen aber das muss einfach nach einer Stunde und 45 Minuten das ist so eine interne Geschichte das muss einfach durch sein weil sonst finden sich nicht mehr so viele Zuhörer okay dann würde ich sagen ich mache jetzt noch einen ausleitenden Satz bleib bitte noch kurz dran wir stoppen dann gleich die Aufnahme Moment das war Illuminati Fakes und Fakten jeden Dienstag 20 Uhr auf cracker.info wieder Keks auf Deutsch zu Gast war Rainer Feistel vom all-stern-verlag.com und bis nächste Woche